Oder bergt die Überlebenden. Ich dachte, ich soll das Vieh besiegen. Na gut, auf geht's. Die Leiter runter. Ruhbrummer Interimshauptquartier. Nochmal kurz gespeichert. Ich glaube, die Mission ist nicht so ganz gelaufen, wie sie sollte. Oder der Kampf, die Schlacht. Mit diesem Soryo ist echt nicht zu spaßen. Never fuck with a Lissi. Na dann. Eure Bestien können mir gar nichts. Was bist du denn für eine? Kleiner Scherzkeks. So, wo müssen wir denn hin? Nach dem Osten. Osten ist da. Nehmen wir doch das, wo der Pfeil hinragt, auf dem Radar. Könnte helfen. So, jetzt hat noch die Karte gewechselt. Okay, es geht noch ein gutes Stück weiter. Aber da unten scheint dann auch Schluss zu sein. Na dann. Wow. Du Sackgesicht. So, Feierabend. Da wird gar nicht lange rumgetrödelt hier. Da kümmern wir uns doch direkt drum. Aber Riekelanime brauchen wir, glaube ich sogar. Das ist, glaube ich, ganz gut. Das ist schon die dritte Stufe dann, würde ich denken, von dem Anime. Auf, aufs Eis her. So, erstmal ein Kleinkram weg. Oh Gott. Ich gehe mal ein Stück zur Seite. Ja, mein Freund. Lass dir mal kurz in den Arsch her holen. Größe ist nichts alles. Definitiv nicht. Okay. Gibt es hier irgendwas zum Einsammeln für mich? Nein. Dann auf nach Süden. Es gibt einige Überlebende, Cooper. Helft ihm. Kurz gespeichert. Auch wenn es nicht wirklich nötig ist. So. Wie müssen wir denn lang hier? Ach so, hier über die Leiter. Alles klar. Es ist alles vorbei. Komm her, du Mistvieh. Du schützt die Kadetten vor San Zashi, Cooper. Äh, was? Sieg? Na gut. Ihr gebt euch zum zentralen Verteidigungspunkt. Alles klar. Bin ich hier richtig? Ich glaube schon, wa? Die Kadetten brauchen eure Hilfe. Attackiert San Zashi mit Fernangriffen. Ah, Fernangriffen habe ich jetzt gerade nicht so dabei hier. Was ist das Problem? Wir sind in der Süden. Der Fehl ist für Lesber. Wir werden nicht loswerden. Super. Okay, wir geben euch schnell zur Südsprung. Es ist meine turn. Du musst nicht sagen, ich. Wo müssen wir denn hier lang? Ach, hier unten. Okay, alles klar. Halt, was bist du denn? Was ist das denn hier? Okay, ich frag gar nicht nach. Wir bewegen uns schnell zur Südfront. Okay, wir müssen erst alle Gegner töten. Na dann. Kurz ausgeholfen. Kein Ding. So. Immerhin, einer hat überlebt. Das ist doch schon mal besser als gar keiner. So, mein Freund. Du stirbst sofort. Ja, damit. So, und dann wollen wir uns noch mal kurz um den Drachen kümmern hier. So, here you. Zur Feige, dich dem Kampf zu stellen. Westen, Westen, Westen. Okay, wir müssen einfach bloß nach Norden raus hier. Begebt euch schnell zur Westfront. Alles klar. Ein Katz-und-Maus-Spiel mit dem Drachen, sozusagen. Kaldetten brauchen eure Hilfe. Warum sollte ich ihn mit Kanonbrücken attackieren? So, weg mit dem verdammten Yeti. Und dann wird es Zeit, Hill-User zu attackieren. Dieser Mistkerl lädt sich aber auch immer wieder auf, ne? Okay. Mal sehen, wie lange das Spiel noch geht. Auf zum Osten. Okay. Dann waren wir zumindest auf jedem Feld einmal. So, gleich erstmal den konkurrenischen Soldaten umgenietet hier. Im Eiltempo. Na komm. Ernsthaft? So, jetzt aber. So, wo ist er denn? Zurück zum Stützpunkt. Alles klar. Ich habe jetzt gar nicht mich am Kampf beteiligt gegen das hier. Aber was soll es? Gut, auf nach Norden. War ein seltsamer Kampf jetzt gerade, muss ich sagen. Weil wir nie so richtig den Leuten geholfen haben. Wir haben immer bloß so ein bisschen draufgehauen, bis er sich wieder verkrochen hat. Die Feige Sau. Eine Kennungsmarke für mich. Und schnell wieder zum HQ. Mal sehen, wie unsere weitere Order ist. Begebt euch zurück zum Stützpunkt. Wo ist denn der? A1 höher. Okay. Dann kurz gespeichert wieder. Zeitlich müssten wir ja eigentlich gut dabei sein, würde ich denken. Allein deshalb, weil wir die Gegner schnell platt machen können. Jetzt geht es also zum endgültigen Gefecht gegen das hier. So, um den Hirion zu besiegen, müsst ihr den Reiter von seinem Rücken holen. Okay. Ah. Komm schon. Ja, wir sind dabei. Und das sollte es doch gewesen sein für den Reiter, oder? Sollte er nicht platt sein? Mal kurz auf Trey wechseln. Lass das zu mir. Jetzt. Ah, sehr gut. Ist das... Das Ende? Du musst mir nicht sagen. Wunderbar, wir haben es geschafft. Video können wir auch gar nicht mehr verwechseln. Äh, vor der letzten jetzt. Order, begebt euch zurück zum Stützpunkt. Sehr gern. Der Drache scheint nicht mehr selbst zu wollen jetzt. Dann lassen wir ihn auch. Es sei denn, wir können noch irgendwas mit ihm machen. Ah, ein goldenes Elixier erhalten. Das nehme ich natürlich noch gern mit. Auch wenn ich nicht weiß, was es bewirkt. Aber das können wir später mal schauen. Was ist das, was hier passiert? Wassertrachendracker? Lass die Wälder, Sandowicz. Wir müssen diesen Ort verlassen. Was the... Bleib auf Garde. Die Concordian-Ferrchen sind schranzig. Äh, ja, waren das gerade konkordische Einheiten? Das klang wieder so wie der Geistesgestörte, den wir schon mal in Ingram getroffen haben. Wo war das gerade? Ja, das frage ich mich auch. Oder meint ihr das da? Schauen wir doch mal. Was? Plötzlich Zombies? Das kommt unerwartet. Okay. Dracker Oberdeck. Oh, da findet er einen Weg hier raus. Danke, das hättest du mir nicht sagen müssen. Das ist jetzt aber sehr bizarr, muss ich sagen. Gut, was soll's. Schauen wir uns doch mal ein bisschen um hier. Ja, Treffen wäre natürlich auch noch sehr hilfreich. Okay, was haben wir denn hier? Einen Drachenknochen erhalten. Das ist alles ein bisschen seltsam hier, muss ich sagen. Gut, ich würde sagen, wir machen dann mal hier lang weiter. Kann das sein? Ich dachte ja eigentlich, dass wir nach oben müssen und nicht nach unten. Aber ihr werdet schon wissen, was ihr tut. Beziehungsweise, was ihr mir anzeigt. Ich bin nicht fertig mit dem. Lass uns das hier rauskommen. Was ist das hier eigentlich? Das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Oh! Das geht jetzt eigentlich mehr aus einem Impuls heraus. Aber okay. Blauer Dragonie. Okay. Halt, was ist das denn? Geht's da rein? Keine Ahnung. Lass uns weiter nach unten gehen. Zweites Zwischendeck. So viele gab's nicht, ne? Nein! Nur noch zwei weitere Etagen dann. Okay, ich verzichte jetzt mal drauf, irgendwelche Spezialorte zu erfüllen hier. Eine Concordia-Rüstung erhalten. Okay. Ist das für mich jetzt ein Ausrüstungsgegenstand oder ist das bloß so zum Sammeln? Man weiß es nicht so genau. Okay. Ziehen wir weiter. Ich schätze mal, es geht hier lang. So, wo sind wir? Da unten. Achso, ich dachte, wir gehen in die andere Richtung. Oh, alles klar. Also eigentlich ist nicht so viel klar, aber zumindest wo wir langen müssen, scheint klar zu sein. Nämlich schätzungsweise zum Ausgang. Oh, snap. Oh, snap. Da sind viele. Na, das wird doch spaßig. Ich glaube, wir sind zum Essen eingeladen. Und zwar nicht als Esser. Oh, shit. Du bist eklig, Kollege. Mann, 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 Mann. Hier ist was los. Ist das jetzt gut? Ich bin mir nicht so richtig sicher, was hier eigentlich passiert. Waren wir nicht gerade noch in einer Entscheidungsschlacht gegen die Konkordianer? Wir sind wieder im Interimshauptquartier. Es aussieht, You bring ill-tidings. Yes. As to the areas where the Wardens are assigned to fight, we've been able to maintain our position. But as for the other areas... Which area is suffering the most casualties? Region 3 to the south. The Red Demons have been spotted there. We cannot allow that area to fall. Evacuate the injured, and all soldiers below rank 2. I will face the enemy! We've encountered an enormous dragon! Is... eating? Aaaaaaah! Goodbye! Aaaaaah! Aaaaaah! No! 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 What are you waiting for? No! 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 Animat! filling, 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 filling! No! W Says with positive dragon right there? Heh, I got this, you! Ich glaube, wir müssen nicht kämpfen, oder? Gehen wir mal Nagi hinterher. An die Wolken. Ja, ja, ich bin ja schon da. So, folgen wir Nagi mal lieber ganz schnell. Sekunde, ich muss noch hier kurz die Schrauben damit wegkommen. Alles gut. Oh, achso, der habe ich gar nicht gesehen, den Soldaten, ich dachte, er gehört zu mir. So, ich warte noch kurz, bis der auch liegt, der andere. Jetzt. Okay. Na dann, lieber mal weg von hier, bevor hier alles wegbricht. So, erstmal den. Wunderbar. Eine Sekunde, mein Freund. Wir haben es doch schon. Ankerplatz des Luftschiffs. Wir sind fast da. Okay. Gut, meine Freunde machen das. Oh, hi. So, haben wir noch einen. Neue Ordnung. Wenn ich jetzt alle Feinde, damit das Luftschiff zurückkommen kann. Wie praktisch, dass ich damit schon angesagt habe. Oh, hi. Was sind das für welche? Hier geblieben. Okay. Haben wir noch mehr? Natürlich. Die sind schon ziemlich verrückt. Ah, komm doch mal her hier. So. Hei, 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 hei. Gut, und wenn man dann noch bedenkt, dass wir auch noch an die Westfront müssen. Das kann ja spaßig werden. Jetzt haben wir es aber erstmal hier geschafft. Wunderbar. Zumindest diesen Part sollten wir jetzt überstanden haben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass gleich nochmal Celestia auftauchen wird. In ihrer Drachengestalt. Um uns einen wunderschönen Tag zu bereiten, natürlich. Oh ja. 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 Vielen Dank.